guten morgen meine lieben ich bin es wieder eure petra ich begrüße euch ganz recht herzlich zu unserem adventskalendertürchen nummer zwölf und ja hab eine sehr spezielle nacht hinter mir ich weiß nicht wem von euch auch so gegangen ist wir sind heute nacht durch eine art portal gegangen ein aufstiegsportal es sind ganz ganz viele alte matrix schichten weltweit universell aufgebrochen und das war so wie so eine zeitgeschichtliche reise heute nacht und ja von daher hatte ich eine biblische nacht quasi mit ganz vielen loslass momenten mit ganz viel wachheit mit ganz viel aufstiegs frequenzen also die energien waren enorm fordernd heute nacht aber wunderschön und daher ist das orakel auch finde ich ganz interessant weil es zeigt genau dieses was heute nacht so geschehen ist ja was passiert wenn wir aufsteigen dann durch lichten wir immer mehr werden immer leichter und entsprechend habe ich natürlich abgefragt was habt ihr heute für wunderbare botschaften und als erstes kam aus dem glücksmomente deck balance noch mal auch eine frage eine hinterfragung für uns selbst ja kannst du wirklich für andere präsent sein wenn du es nicht mal für dich selber bist und das ist noch mal ganz wichtig momentan viel an die erdung zu denken ja egal wie ihr euch erdet über eine meditationsreise ob ihr einfach nur mal draußen oder wenn ihr nicht in der mietswohnung wohnt und jemand unter euch stört mit den fußsohlen aufstampft ganz egal ja das bringt erdung das bringt bewusstheit in eure wurzelkraft in eure verbundenheit zu mutter erde ja also egal wie ihr das macht erdung ist zurzeit unglaublich wichtig um sich in sich selbst zu integrieren mit allen schatten und lichtanteilen spannend ich habe hier auch so einen schattenring also ganz ganz wichtig und nein wenn wir nicht bei uns sind können wir auch nicht andere unterstützen und das ist ganz ganz wichtig zurzeit wirklich zu schauen wo bin ich wo stehe ich was mag ich was will ich was wünsche ich ja dann kam aus meinem kartendeck engel des zorn wenn deine wut und deine enttäuschung übermächtig erscheint rufe mich an deine seite sofort tritt ruhe und frieden ein also auch ein ja nicht im balance sein nicht geerdet sein da spült noch mal alte enttäuschung und wut hoch und alles was wir vielleicht vermeintlich ja wo andere noch mal schuld sind da kommen dann so viele angebote auch ja die aber in wahrheit gar keine gültigkeit mehr haben und von daher nehmt euch gern die engel an die hand bittet sie um unterstützung wir sind alle gefühle wir haben alle gefühle sie dürfen aber auch dann transformiert werden werden und da kam beim mariendec apropos transformation äh kwan yin die sind ja auch so wunderschön illustriert oder ähm barmherzigkeit vergebung ist der weg der liebe verehrte kwan yin berühre meinen göttlichen lotus mit deiner weisheit und liebe ich bitte um läuterung meines seins im violetten licht lasse die violette flamme der reinigung klärung und transformation mich von allen negativen energien und emotionen befreien lasse mich die energie der gnade barmherzigkeit und vergebung spüren noch mal tief durchatmen armen in liebe so ist es ja also wem es zu schnell geht der kann sich das auch mal kurz anhalten noch mal ein screenshot machen ich lass ihn mal richtig rum dann ich glaube das steht schon wieder hier für so eine ganz klare innere reise ja dann kam die dankbarkeit ich bin dankbar und wertschätze alles was sich in meinem leben zeigt ja und da ist auch der lotus quasi ja da ist der innere schlüssel dankbarkeit ist ein ganz ganz starker aufstiegsschlüssel ja wir verhaften uns nämlich ganz oft in den dingen die nicht klappen weil wir das so gelernt haben in der dualität na der nachbar ist blöd die postboten es war nicht pünktlich die ist das jenes ananas aber in wahrheit geht es gar nicht darum ums außen es geht um vielleicht eine enttäuschung vielleicht bin ich als kind zurückgewiesen worden vom bruder von der schwester vom vater von der mutter da steckt meistens eine bedürftigkeit dahinter dass wir uns in negativität verhaften und jetzt dürfen wir uns transformieren reinigen die wut noch mal anerkennen und sie dann aber auch von den höchsten lichtkräften transformieren lassen es ist auch genug gespielt ja die matrix also heute nachts in so viele matrix schichten aufgebrochen das war unglaublicher also ihr lieben seid dankbar für das was schon ist was ihr schon erreicht habt dann kam ein eine visualisierungs karte die nummer 97 das ist wieder ein bisschen mehr text ich stelle mal dass dahin wenn es dann stehen bleibt nee das will da nicht stehen dann stellen was anders wir sind ja improvisationstalente ach gott die 97 kippt auch noch was soll uns das sagen also ich lese euch das mal vor das ist erzengel uriel farben gold und königsblau erzengel uriel bringt ein großes feurig golden leuchtendes licht mit sich und verwandelt alles ins sonnige in ein sonniges gemüt in fröhliche sonnige zeiten in unbekümmertheit und in die sonnenseite des lebens erzengel uriel prüft wo du gerade stehst und dich bewegst in deinem lebensplan also prüfe die werte und ziele in deinem leben auf ihre echtheit hin bewerte sie neu und schau ob du wirklich deine visionen und träume verwirklichst lass dich von uriel inspirieren und führen mach dir keine sorgen zeig ein großes herz und gehe froh und optimistisch vor warte mit zuversicht bis die dinge kommen und sich genau zeigen entwickle dabei mehr und mehr selbstwertgefühl und selbstsicherheit löse dich aus allen kreisläufen von dominanz und unterwerfung gehe tiefer verstehe die schönheit von gegensätzen und dass alles ein platz hat unter der sonne nach raum für einen unbeschwerten neuanfang nach einer überwundenen krise achte die göttliche essenz in dir anderen menschen und allem erzengel des elements erde hat mit festigkeit und ausdehnung zu tun aura soma flasche b 97 erzengel uriel ja wie passend oder ich lasse das einfach mal so stehen auch die farben und er spricht für sich dass wir wirklich das alte lösen uns über dankbarkeit in den inneren schlüssel begeben die lichtkräfte die uns unterstützen und aus dem engel der liebe karten der kam die anziehungskraft du ziehst romantische liebe an indem du diesen moment voll genießt das heißt für mich war das auch diese ausdehnung von dankbarkeit authentität ja rosen sind ja auch kommunikatoren sowohl zu den lebenden als auch zu den verstorbenen ja also mit rosen ja man sagt ihr herz rose es ist die sprache des des herzens der gefühle der emotion der rose misst man ja viel kraft bei vielleicht hast du ein raum duft mit rose vielleicht möchtest du mal wieder ein oder du kaufst den rose heute ja also verbinde dich mit der rose egal wie es scheint dich zu stärken zu verankern und ja hilft dir auch wieder in deine eigene authentische anziehungskraft zu kommen um auch einen weiteren falls du single bist in dein leben anzuziehen also in dankbarkeit und anziehung größter balance und dankbarkeit fürs für den aufstieg fürs weitergehen danke ich euch fürs zusehen für jeden kommentar für jedes like danke dass ihr da seid danke dass ich meine gaben und talente mit euch teilen darf schön ich freue mich auf morgen auf tür nummer 13 bis dahin alles liebe eure petra